Hallo, die schöne Mickey Maus für 10 Euro, ist auch sehr hübsch, so wie auch diese Mickey Maus ist ein bisschen brecher, ist jetzt auch für 10er, die könnt ihr so tragen mit S bis ca. M, die werden ein bisschen kleiner raus, oder auch dieses Kapuzen-Shirt für 10er, das sind auch 10 Euro, hinten mit Kapuze und vorne zu, sind auch eine schöne Geschäftsartikel für eure Leben noch nebenbei. Oder auch dieses Tunica für 15 Euro, sieht auch ganz toll aus, also man kann damit immer wieder eine Freude machen, auch für dieses Streckkleid, ist auch für 15 Euro, das ist von 930 auf 15, ist auch hübsch gearbeitet, und auch muschelig warm, das ist schön warm, so wie auch dieser Pulli, das gibt es auch, so ein leichterer Pulli, das gibt es auch für 15 Euro, aber es sind super tolle Krampläden aus Italien, Also man sieht jetzt auch immer wieder, Moda Italien, das ist auch dieses Teil, ah jetzt sieht man es ja, ist jetzt auch auf 15 Euro, also es sind wirklich super, super Stämmchen machen wir hier, so wie auch dieses Shirt hier, auch hier oben nochmal mit Pailletten, das ist auch ein ganz tolles Stich, das ist auch eine Einheitsgräuße, das ist auch 15 Euro, das Royal Blau, ist auch immer ein schöner Hingucker, wir reißen, wir reißen die Schaukeln nochmal, ist jetzt auch auf 15, und das Bla Bla Bla, das ist auch immer hier sehr beliebt, sieht auch super gut aus, 15 Euro, So, dann haben wir einen Traumfänger hier vorne, das ist auch ganz hübsch, das ist auch ein 24-50er-15, sowie auch nochmal die Hosen, wir machen die auch ganz toll aus, das sieht auch ganz toll aus, und dann sind jetzt auch auf die Hosen hin, das sind auch 15 Euro, aber zweimal wieder Blau, und einmal nochmal so ein Blau-Gaue, sind auch nochmal da, graue 15 Euro.